Moin Freunde, um euch abzuholen. Ein riesiges Haus, auf eine riesige Fläche. Die Begradigungen dafür sind im vollsten Gang. Und in dieses Haus kommt ein riesiges, riesiges Lagersystem mit jeglichem Item, was du in Minecraft haben kannst. Ja, das ist unser Plan. Nachdem wir in der letzten Folge hier stehen geblieben sind, die nächste Mission ist es dann in der nächsten Folge, hier im Prinzip alles überzudecken. Hier muss überall Erde drüber. Seht ihr oben rechts das Eickel? Ich hab böses Omen. Das wird nächste Folge direkt zu Beginn. Was Spannendes. Geht es heute erfolgreich weiter? Wir haben unfassbar viel vor in der heutigen Folge. Nicht nur, dass noch riesige Teile begradigt werden müssen, wir noch einen kompletten Berg abreißen müssen. Zumal wir in der letzten Folge, wie ihr gerade gesehen habt, auch den bösen Omen-Effekt bekommen haben. Was wir damit gemacht haben, was heute an sich passiert, seht ihr jetzt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hier steckt wieder unfassbar viel Zeit drin. Und viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu einem neuen Video. Was geht ab? Wie lange habe ich diese Begrüßung nicht mehr gemacht? Ah je. Die Planungen sind wieder krank. Ich habe in der Folge heute wieder mega viel vor. Der komplette Wald dort muss abgerissen werden. Danach wird hier komplett alles zugezogen mit Erde. Was wir letzte Folge hier schon begonnen haben, als wir diesen Berg abgerissen haben. In der folgenden Folge haben wir den Berg abgerissen. Und jetzt ist der Plan, hier alles zuzudecken. Bis nach dort hinten, wo dieser fette Tower dort ist, okay. Und danach geht es ran, diesen Berg dort hinten, den ihr dort seht, auszuheben, beziehungsweise abzubauen. Das ist dann der letzte oder der vorletzte Berg, weil vielleicht müssen wir dort ein bisschen was von dem Sandberg wegmachen. Aber dann ist es erstmal der vorletzte Berg. Und danach geht es ran an den Bau. Ich bin unfassbar hyped. Wir müssen uns dann noch ein Bodendesign unbedingt ausdenken, weil das muss ja alles da noch zugeflastert werden mit einem Boden, wo dann im Prinzip das Haus drauf kommt. Dann muss ich noch auf der Singleplayer-Welt unbedingt Bäume bauen. Ich will hier richtig fette, hohe Bäume bauen. Also Bäume, die wirklich so hoch sind wie dieser Tower dort. Die Bäume werden ja im Vergleich zum Haus mega klein aussehen. Und deswegen müssen wir das alles dimensional ein bisschen verständlich bauen, in Anführungszeichen. Und ja, danach kommt das Haus rauf. Die Inneneinrichtung kommt rein. Dort kommt ein fettes, riesiges Neterportal hin. So ist der Plan. Ich bin echt gespannt, wie was da draus wird. Und außerdem werden wir jetzt direkt zu Anfang der Folge was ganz Cooles machen. Ihr seht es. Ich habe böses Omen. Und dort hinten seht ihr ein Dorf. Ich muss gleich erstmal gucken, ob es bei dem Dorf überhaupt noch Villager gibt. Denn wenn nicht, dann würde der Wait halt starten und dann direkt wieder beenden. Aber ich glaube, da müsste... Ja, da sind noch Villager. Die müssen wir dann auf jeden Fall noch einsperren. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja in der letzten Folge hier im Prinzip so eine Erdplattform gebaut. Das habt ihr ja gesehen. Danach haben wir dort diese zwei kleinen Berge abgebaut. Und unter der Erdplattform habe ich nicht ausgeleuchtet. Was ein bisschen fatal war. Denn ihr kennt ja Enderman in Minecraft, ne? Enderman in Minecraft, die klauen sich eigentlich alles, was Erd- und Sandblöcke sind. Die können es einfach mitnehmen. Die nehmen den Block und schieben den woanders hin. Dort zum Beispiel oder dort hinten. Man sieht es hier jetzt ganz oft, weil die Enderman das hier immer hin und her packen. Alles, das ist ganz schlimm. Ich habe sogar schon die Lösung gefunden, woher das kommt. Wenn wir mal hier hingehen und einfach mal hier reingucken. Guckt euch das mal an. Die chillen einfach hier unten in dem nicht ausgeleuchteten Ding hier. Und guckt euch mal an, was hier abgeht, Alter. Was ist hier passiert? Die schieben einfach, wie man sieht, hier die kompletten Blöcke hin und her. Die ganze Zeit. Und deswegen sieht es hier unten aus, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Also, for real, guckt euch das mal an. Hier sind überall Sandblöcke. Hier laufen überall Endermen und Zombies rum. Das ist eine ganz doofe Nummer. Wir haben in den letzten drei Folgen einen unfassbaren Fortschritt gemacht. Die Fläche baut sich aus wie nichts anderes. Und ich equip mich jetzt erstmal und hole mir den Stuff, dass wir den Raid dort beginnen können. Dass wir den auch wirklich überleben und dort nicht elendig sterben. Das wäre natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen sehr doof, würde ich sagen. Huch. So, Leute. Ausgerüstet mit dem wichtigsten Stuff. Ich habe mir jetzt zwei Schilde noch gemacht. Habe hier jetzt einen Bogen dabei. Habe auch die Lytra noch einstecken. Falls ich die auch wie immer brauchen sollte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Raid. Ich dürfte eigentlich nicht sterben. Ich habe ein Schild. Ich habe Goldäpfe. Ich habe gute Bögen. Ich habe gutes Schwert. Eigentlich dürfte echt nichts Besonderes passieren, was mich jetzt, äh, weird dastehen lässt oder so. Also, wenn ich sterbe, dann war es echt dumm. Wir müssen wenigstens einen Dorfbewohner einbauen, dass die nicht alle sterben. Ey, Brudi. Chill, chill, chill. Alles entspannt. Wir müssen dich einmal... Nein, nein, nein. Nein. Oh, ja, was war das denn? Teleportier dich halt. Arschloch. Und jetzt müssen wir nur noch den Raid finden. Das Problem ist, hier sehe ich sie easy, wenn sie hier irgendwo spawnen, ne? Aber die werden halt irgendwo da immer auf diesen Bergen spawnen. Ach, die stehen hier. Ach, die stehen da. Perfekt. Ich will einmal schlafen. Jungs, was geht? Na, komm. Zack. Zack. Da ist der nächste. Bam. Zwei Räuber verbleiben. Da ist noch einer. Also, der... Hängt der am Kuchen? Ja, der hängt einfach am Kuchen. Ey, was geht? Zack. So, jetzt kommt die zweite Tour und ich hoffe mal, dass die zweite Tour irgendwo da hinten spawnt. Ach, da. Moin, Jungs. Was geht? Ich weiß halt nicht, was Mojang, was Minekraft sich gedacht hat, als sie diese Wails gemacht haben. Ich meine, ich bitte euch jetzt, ob ich jetzt hier irgendwie sterben könnte. Die sind doch alle an einem Fleck gespawnt. Wie kann es denn sein, dass ich den letzten verloren habe? Ach, da steht er. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Jo, wahrscheinlich. Wie soll ich sterben? Der Typ hat mir einfach gerade fünf Herzen gezogen. Trotz Schild. Was war das denn? Ne, drei Herzen. Na, komm her, Junge. Oh. Äh. Zack. Da ist er weg. Du auch. Ach. Ach, direkt vor mir. Oh, da ist dieses fette Vieh dabei. Vor dem muss ich aufpassen. Das broke die Rüstung richtig krank. Oh. Oh mein Gott. Ja, also die anderen sind halt absolute Lusche. Diese Bogentypen. Was, was wollen die hier? Die haben legit nicht einen Hit auf mich getroffen. Einfach. Hallo. Na, wie geht's dir? Zack. Ich hab deinen Bruder am Anfang des Videos umgebracht. Ach, da oben sind sie. Ey, oha. Ich seh die jetzt gerade die ganze Zeit voll. Glaubt ihr, die kommen von alleine runtergesprungen und sterben? Ne, die bleiben einfach da oben, ne? Die haben einfach nichts gedroppt. Alle Räuber haben nichts gedroppt. Ich fasse es nicht. Kämpft der? Macht der? Macht der irgendwie Schaden? Ist es einfach mein Freund? Kann ich den behalten? Können wir dem einen Name-Tag geben? Wir könnten ihm aber auch einen Name-Tag geben einfach. Das wäre auch cool. Na, ich muss dich töten, Brubi. Irgendwann, Leute. Irgendwann im Projekt, okay? Werden wir mal so einen Typen uns holen und den umbenennen. Und dann werden wir den einfach einsperren. Der Bison ist halt so ein mächtiges Tier. Das ist krank. Aber dafür sind der Rest halt alles loschen. Hi. Zack. Was, was sind denn, was machen denn die Typen, die keine Axt haben? Sind das einfach die... Oh, du. What the fuck? Was? Oh, nein, nein. Oh, nicht die... Oh, nee, nee. Mach nicht diesen Mistdinger. Oh, nee. Oh, nee. An dem bin ich beim letzten Mal gestorben, weil die so klein sind. Die haben so eine Kack-Hit-Range. Die können auch durch Wände fliegen, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne, ne? Boah. Die wollen hier immer meinen eingesperrten Villager töten. Wie doof ich... Oh, mein... Der hat mir schon wieder vier Herzen gezogen, einfach. Oh, nein. Oh, nein. Okay, vor dem Axt-Typ habe ich wirklich Respekt. Wie viel Schaden macht der mir? Ach, der Mann. Was? Der macht mir mit Full Netherweight-Rüstung nur ein Herz? Jungs, was geht? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das wird mir dann doch zu viel. Nein. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit. Das... Das hier ist das Oberarschloch. Oh, nee. Ihr seid solche... Na? Oh, nee. Oh, nee. Dich mache ich weg. Dich mache ich weg. Oh, nee. Oh, nein. Ah. Bisonvieh, Bisonvieh, Bisonvieh. Geh weg. Auf dem Bisonvieh reitet so ein Vieh. Ach, du Scheiße. Ach, au, 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 au. Ey, die Bisonviehchen... Oh, mein Gott. Aua. Und auf dem Bisonvieh... Sitzt einfach... So ein kack anderes Vieh. Geh weg. Die kriegen halt auch keinen Notback. Ah, zack. Und den kriege ich auch. Komm her. So. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die kleinen Viecher töten den Villager. Die kleinen Viecher töten den Villager. Die kleinen... Ah, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wir haben es geschafft. Komm. Du auch noch. Villager, du bist frei. Komm raus. Ey. Party. Es geht ab. So, guck mal. In Zukunft laufen wir dann einfach immer mit Totem der Unsterblichkeit rum. Das nervt mich ein bisschen, die ganze Zeit da links zu sehen. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran, ne? Und Held des Dorfes bringt uns auch in unserer Villager Trading Hall einen riesigen Vorteil. Ich werde mir jetzt zuerst noch ein paar Trichter und ein paar Kisten holen. Denn leider sind unsere Kisten hier sehr weit voll. Hier sind jetzt pro Reihe noch drei Doppelkisten vergeben. Der Rest da drüber ist komplett voll. Und hier drunter, wie ihr seht, ist auch alles komplett voll. Und wir haben halt hier oben noch unfassbar viel in den Schalkerkisten, was einsortiert wird. Okay, so viel jetzt auch nicht mehr. Ja, dann baue ich hier im Prinzip noch einen kleinen Abteil dazu. So vier, fünf, sechs Reihen vielleicht. Und danach kümmere ich mich um die Ausleuchtung hier unten. Also, das ist ja mal wohl die pure Pflicht. Genau, ihr seht das also in der Timelapse. Viel Spaß. Ja, dann, na, stopp, stopp, stopp. Vorerst haben wir erstmal nochmal Items von dem einen Ort zum anderen gebracht. Ein jämmerliches hin und her. Und unsere kleine Lagerstation, die wir dort hatten, um den fetten Berg abzubauen. Ja, die haben wir abgebaut. Neul. Aber danach ging's los mit der Timelapse. Ich habe das Lager nochmal um einiges vergrößert. Es war zu krank. Viel Spaß. Hallo Freunde. Willkommen aus der Timelapse. Ich habe jetzt hier ein paar Kisten mit rangehangen und das sieht irgendwie echt krank aus, oder? Oder geht's um mir so? Also, wie gesagt, der Teil hier ist jetzt nahezu voll und hier ist jetzt der neue Teil, den wir befüllen können. Ich denke mal, der Teil hier wird auch definitiv noch voll. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Also, guckt euch jetzt mal euer Licht an, bitte. Seht ihr hier diese ganzen Erdblöcke und die ganzen Sandblöcke auf der Seite? Die sind alle von Enderman gesetzt worden. Ich war hier nie unten, nicht einmal. Das ist alles hier, diese komplette Zerstörung kommt von Enderman. Alles von Enderman gemacht worden. Das nächste, woran es jetzt geht, wird hier diese Fläche sein. Ich habe jetzt wirklich vor, hier diese komplette Fläche im Prinzip gerade zu machen. Alles, was im Prinzip aufgeschüttet werden kann auf Höhe 84. Leute, hier bis hierher wird alles, was ihr seht, was hier im Prinzip drunter ist, aufgeschüttet. Das muss übrigens auch alles dann ausgeleuchtet werden, weil sonst spawnen ja da wieder Enderman und dann geht es wieder von vorne los und das wollen wir ja nicht. Nee, 82, ne? Und danach geht es nur noch an diesen fetten Klotz. Dieser Klotz da muss weg. Dann wahrscheinlich noch ein Stück von diesem Sandhaufen, der hier ist, also der hier und die fliegenden Dinger da müssen noch ein Stück weg. Es ist unfassbar insane und es wird immer, immer kranker von Folge zu Folge. Es wird jetzt wirklich immer kranker. spätestens, wenn wir mit dem Bau, mit dem Bau von dem Haus anfangen, wird es, die Folgen werden einfach nice. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. Alles dort wird jetzt begeradigt. Wir werden als erstes den Waldabreis und danach wird hier alles begeradigt. Es wird krank. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist jede Menge passiert. Was soll ich euch sagen? Wir haben eine ganze Menge geschafft. Können wir hier kurz mal einen Vergleich einblenden zu, bevor wir angefangen haben und jetzt ist schon, ist schon ordentlich, ist schon ordentlich was passiert bisher, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir haben jetzt so 75 Prozent, plus minus 75 Prozent müssen jetzt stehen. Und jetzt fehlt uns auch der Teil hier. Ihr seht, dort ist der rote Balken und ebenfalls dort hinten. Es ist tatsächlich so, ich möchte hier diesen fliegenden Haufen, diesen fliegenden Haufen, das dort, nur dieses kleine Stück und diesen Berg hier abreißen. Hier rum im Prinzip, guck mal. Im Prinzip hier, dass hier das Ende ist und dass es hier rum geht und genau bis da alles gerade ist oder vielleicht sogar ein Teil des Berges dort mit. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, dort, wo dieses rote Dingturm ist, okay, hier ist ja im Prinzip die letzte Ecke des Hauses. Das heißt, hier sind Fenster und dann ist hier einfach direkt eine Stein, ein Steinhaufen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir wirklich den gesamten Berg hier abreißen, das gesamte Ding hier kommt weg. Dann müssen wir hier noch ein bisschen begradigen, aber das ist nicht so viel. Und hier noch rum und dann seht ihr, haben wir es. Jetzt habt ihr gerade eben schon das nächste Problemgebiet gefunden, um das ich mich jetzt noch kümmern werde. Denn, ja, ich traue mich um ehrlich zu sein, gar nicht reinzufliegen. Hier unten ist wieder nichts ausgeleuchtet. Es ist komplett dunkel und wie ihr seht, hier spawnt so unfassbar viel. Und das ist auch so eine große Nutzfläche. Hier können wir auf jeden Fall irgendwas noch in Zukunft reinbauen, irgendwas Cooles. Das muss jetzt alles wieder ausgeleuchtet werden. Ich werde dafür wieder stackweise an Torches aufbringen müssen. Aber dafür hat sich das dann hier auch geregelt. Alter, das ist hier einfach eine pure Map-Farm, wirklich schnell raus. Es wird eine kranke Nummer, was soll ich das sagen. Viel Spaß mit der Timelapse, viel Spaß. So Leute, was soll ich euch sagen, was soll ich euch sagen. Ja, es ist alles ausgeleuchtet. Es sieht so ein bisschen so leuchtig aus halt. Es sieht so aus, als könnte man hier unten voll. Man könnte hier so geil, okay, wir haben hier zwar die Decke, das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber stellt euch mal vor, wir hüllen das hier unten aus. Da kommt Black Concrete an die Decke. Und dann kommt hier ein fetter Baum rein, wenn das halt ausgehöhlt ist. So, boah, wäre eine wilde Nummer. Aber, das Projekt muss ja erstmal hier oben fertig werden. Da gibt es ja noch eine ganze Menge zu tun. Ich habe jetzt hier noch ganz viel Crab im Inventar, aber auch nur zwei Schalke-Kisten voll mit Fackeln. Und hier, wie ihr seht, steht auch überall noch die ganzen Schalke-Kisten rum. Die werde ich erstmal alle abbauen. Werde jetzt alles zusammenräumen. Und danach geht es los. Der vorerst, hoffentlich letzte Berg, wird abgerissen. Dieses Stück hier, was ich jetzt umfliege, muss noch komplett weg. Ein nicht so großer Teil, wie die zwei anderen Berge. Trotz dessen kommt da nochmal ordentlich was dazu. Und dann, wenn dieser Berg weg ist, wenn wir hier ein bisschen geteraformt haben, dort hinten dieses Stück noch ein bisschen geteraformt haben, geht es los mit den Planungen. Wir müssen den Stuff dann ranholen, müssen eine ganze Menge besorgen. Und dann können wir mit dem Amber Palace anfangen. Ich bin unfassbar hyped. Den weiteren Fallauf von diesem einfach nur komplett geistesgestörten, behinderten Projekt gibt es in sieben Tagen um 16 Uhr. Lasst doch gerne ein Like und eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ciao Leute.